jo leute willkommen zu diesem video ja einige fragen sich bestimmt wieso in letzter zeit kaum noch videos kommen ich habe heute mitbekommen dass das letzte video jetzt schon drei wochen her ist und das hat aber auch alles seinen grund nämlich ich habe kaum noch zeit und ich muss euch auch mitteilen das wird in nächster zeit leider auch noch so bleiben ich versuche trotzdem immer wenn es passt neue videos zu drehen und ja also ich bin hier nicht komplett weg von youtube sondern ich kann einfach nur noch videos drehen wenn es auch gerade zeitlich passen das ist in nächster zeit leider nicht so oft und das nächste problem ist auch ich habe kaum noch dringend so richtig zum testen die wir noch nicht hatten und das ist auch der grund warum ich etwas mit shisha videos anfangen möchte und dass auch etwas abwechslung dabei ist ich habe ich habe schon das geld neue dringend zu bestellen aber erstens gibt es kaum dringend die man noch nicht hatten die ich bestellen könnte und zweitens bekomme ich demnächst auch noch eine neue wohnung und das kostet auch alles geld ich habe ein auto das muss alles bezahlt werden und da habe ich auch keine lust wieder trinks 400 euro zu bestellen versteht das bitte und ja ansonsten geht es ja auch ganz normal weiter bloß nicht mehr so regelmäßig wie damals und ja das wollte ich einfach mal gesagt haben und ja hier ich filme einfach jetzt volle trinks die ich noch habe hier sind noch ein paar rock am ring dosen und so ein paar usa dosen die mal aber alle schon getestet haben irgendwie und ja lasst euch einfach überraschen und ich werde sehen was ich daraus mache und ciao